Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu TV-ITX, heute mal mit dem Palbanter und den Hoden. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Anime ist das Beste davon. So Leute, wir arbeiten jetzt als Team, wir müssen Krampus fertig machen. Unsere Punkte werden zusammengezählt, aber wahrscheinlich krieg ich... Ja, diesmal als Team. Ich sage mal 406. Black Diamond, ist das wieder das Höchste? Immer? Black Diamond, das klingt halt schon recht teuer. Ja, Dubai. Wir sind 1000 Dollar, komm ich in einem 1000. Ich nehme das teuerste. Scheiße, Krampus hat recht verklappt. Er hat direkt 4800 Punkte. Der krieg ich die dreifache Punktzahl offenbar. Oh mein Gott, das Blenden ist ja... Aber wie viel... Offizielle Null. Latein ist eine tote Sprache. Ja, offiziell ist er wirklich tot. Latein ist eine tote Sprache. Also ich würde sagen Null. Ich hab eins. Scheiße. Ne, Null wäre richtig. Alter, Krampus zieht uns ab. When was the first Christmas? Ich gehe aufs Höchste. 64. Ne. Ich sag 4... Ich sag 340. 64, Alter? Ne, man. So lange wird es... Weiß nicht. Wird schon so lange gefeiert? Kampus, weiß die Frage. Auf jeden Fall. Ey, kommt ja aus der Kategorie. Weißt du nicht mal von It's Next 2? Ich lag richtig. Trotzdem kommen nicht schlecht. Das wird zweifelig ernsthaft bei... Wir zu wenig Leute haben die davon. Äh... In 7 und 8... Ich glaube nur in Wii, weil bei das Anderen... Da hab ich nie gesehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich... Funky Kong. Ich nehme Wii. Ich nehme Wii. Kann Wii sein. Ja, aber die Ticket sind einfach zu wenig Leute, die fortzuspielen. Kann nur Wii sein. Ich habe keine Nintendo. Unsere Punkte werden zusammengezählt, Leute. Jetzt kann ich mal meinen Wunsch kommen, die zusammenstellen, weil der Geld kostet. Was habt ihr genommen, Barnien? Ist das Spanien sicher? Nein. Ich habe die Vereinigten Staaten genommen. Kommt Neu-Seeland. Redberry, Berry, keine Ahnung. Ja. Ja, krass. Krampus zieht uns ab, ne? Oh, oh, Krampus doesn't look too happy. Oh, wir sind dazu gezwungen. Wir sind gezwungen. Krampus. Ich glaube, der hatte eine falsch. Macht der mit? Kriegen ja alle drei Minuten. Wii. Ist egal. Unsere Punkte werden zusammengezählt, ne? Hoden, warum lässt du uns so sehr im Stich? Immer müssen nicht um Palli alles regeln. Ja, ich spiele mit Krampus. Was? Kommt, mein Krampus. Oh, no, Team Shining. Ja, das ist mein Team. Ja. Alter, zieht der uns ab. Oh, Mann. Ey, der hat aber auch fast jede Frage richtig. Wiii! Watt weißt du nicht, Sacramento Kings? Ich sag auch Sacramento. Alter, Krampus ist unbesiegbar. Ist es, ist es, habt ihr es jetzt sogar blöd geraten? Ja, ich hab keine Ahnung, Digga. Ich hab Sacramento geraten. Der hat jetzt schon 30.000. Der hat auch bald. Komm, was? Was ist es? Kamiki? Ähm, ich sag Kamiki. Hilf mir. Ich weiß es nicht, ich hab Kamiki gesagt. Ich ratze, ich ratze, ich ratze, auch. Kamiki? Ich hab Kamiki geraten. Komm, ich nehm auch Kamiki, wenn er so sagt, er ist so ein asian-Mensch. Ist das Zelda oder was? Nein. Ich hab keinen Plan, aber wir spielen zusammen, deshalb kommt. Wie? Ich weiß nicht, wie das sehe ich auf Englisch heißt, aber es ist nicht Recheram. Stantler? Stantler vielleicht wegen Senta? Delibert ist es nicht. Stantler ist es doch dann höchst. Es ist Senta oder Sandygast. Ja, ich war richtig. Ach, ist Delibert ist es ein Botogel oder wie? Delibert ist es, ich hab geraten. Soll das Botogel sein auf Englisch oder wie? Earth. Erde. Erde. Jungs, Earth. Ja. Die anderen sind alles... Ja, ja, ja. Die anderen sind alles getan. Ach ja, es sind alles ein Räti. Ja. Alter, könnten wie immer Krampus so abwechselnd mal rasieren? Wer ist der Giant Lantern Festival im... Was? Ich sag auf den Philippinen. Ich sag Schweden. Der hat auch gesagt. Ich hätte es gesagt, ein europäisches dann auch... Ja, okay. Philippinen! Nee, Philippinen war richtig. Krampus sagt falsch. Sehr gut. Der kann falsch liegen? Krampus sieht nicht glücklich aus. Er ist das zweite Mal falsch gelegen, glaube ich. Ey, komm, zumindest Plus-Dinger. Ja, Mann, nee. Terra ist aber kein Gott, Thomas. Das Spiel schmeißt uns aber auch noch mal nach hinten, ne? Da ist zum Beispiel ein Titan. Gaia Erde ist ein Titan. Ey, Krampus ist unbesiegbar. Ja, äh, ein Fack hat dann ein Erdtitan. Hau, du regelt's. Ich glaub an dich. Da bin ich noch relativ gut. Zumindest halbwegs. Ey, der zieht uns ab. Wir haben vor allem den Krieg, weil ich die ganze Zeit hab hier Glück bei den Dingern und dann, wenn wir ins Team arbeiten, dann müsst ihr scheiße. Ui! Mary! Keine Ahnung. Mord. Mord, oder? Mord, oder? Mord, oder? Mord, oder? Ich hab Mord genommen. Ich hab jedenfalls schnell als Krampus. hauptsache schnell als campus wir müssen immer schneller als campus sein ich würde mir lieber die antworten durch und weiß dann eventuell könnten wir mal rasieren bitte kolumbia 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 nach kolumbus würde ich vermuten nur halten wir langsam als campus ja ich muss ja erstmal kolumbien suchen alles durchlesen ich danke mir bei festival ist einfach nur time to smile italienisch vier als ob so viele italienisch sprechen da kommt aber auch nur minus raus aus dem ding wie soll mit campus denn so einholen wir können ja gleich mal auch gegen center antreten vielleicht haben wir dann glück enjoy the gift danke vielleicht gibt es tatsächlich plus und campus gibt minus also center ist so der nette boss und campus ist so der weltboss final round wir können doch nicht mehr gewinnen vor allen dingen das sind fast nur diese festen ich habe eisland gesagt ja ist wahrscheinlich spielen so ja wenn campus schweden sagt ich habe nicht so reden reden ach da muss ich aber los wegen des futbol klingt halt jetzt nach nfl also amerikanisches fußball aber ist wahrscheinlich dann generell also barcelona ja warum nimmt ja nicht zocker dass man den unterschied wirklich weiß wir verauf auf any fear oder tiers ich weiß nicht also ich habe auch hier genommen hier ist hier hier ist noch wenigstens irgendwo mal punkte machen neif ist noch so eine übliche mörderwaffe die achse ist immer gut die achst jungs was ich habe project zero keine ahnung ich habe project seven genau wahrscheinlich ist es gar nicht oder sowas hat das project skala ich sehe schon kommt video games sehr gut so und wie sie hat uns campus jetzt rasiert 0 0 alter der uns für dich gemacht kann man kann muss überhaupt besiegen wenn man auch mal richtig 42.000 erreicht ja ich habe sehr gelust am anfang oder einen wind bringt einen zehntausend geld eine ich glaube gegen campus brause sind wirklich so ziemlich alles richtig mit dem kompletten team also nicht mal ist wahrscheinlich dass du so drei fragen falsch haben oder vier aber ansonsten du musst wahrscheinlich einfach der absolute big brain master meint sein auch gegen campus haben wir verloren jetzt kommt center jetzt kommt center und rasiert uns ja ist auch ein boss das bad center äh nein traditionell müssen ne ich bin mir nicht sicher ich meine 17 11 17 ich meine auch eine ungerade zahl aber sind nicht eigentlich 11 nein 17 ok sehr gut ihr habt die punkte holt danke ja wenigstens einer aus karine ich habe mal ich habe ich habe wirklich ich habe wirklich genommen es wird doch nochmal genau excluding ich nehme silveston ich nehme silveston ich nehme silveston piele außer silveston ich nehme silveston in dr saga auf den vielen hacken mit 2 herzlich willkommen deinem wunderschönen guten Abend da kannst du es eigentlich denken weiß ich auch nicht keine ahnung zu sein das freut mich um ich weiß es wirklich nicht nein du weißt nicht alles sind das aber nicht so gut an der pfeife der von größe er muss es russland sein und nein bei deinen streaming tl ist falsch du weißt nicht alles ja man muss ja ein bisschen versuchen zu flexen auch wenn es falsch ist zentral macht uns geschenke das campus interessant auf jeden fall der ganze auto verlieren also ich sag mal so stelle mal vor du hast campus endlich ein guter kriegt alle mal das halbieren wenn das mit der pfeife ansprüche zwar eher so ein kräg doch center ist aber glaube ich trotzdem noch besser als wir oder oder war team scheinen jetzt besserten santa claus dann ist doch die nur tode odin ok wahrscheinlich ist es vor weil urini war es hieß es nicht sondern wo die votan oder also den doch loki war für mich war doch der tor der gottes schabernack ich weiß nur dass in kanada ist frage doch was richtig und ok ist vielleicht auch ein bier zu viel ich meine zehn wenn es doch sich tausend ich meine es sind zehn staffeln habe zwölf genommen kommen können wir zu erzählen sind war ich in den fan von ich auch gar nicht wusstet ihr es gibt einen anime der 2.565 folgen hatten ich habe 1905 ja wo ein bisschen mehr brechen ist gerade mal so bei fünf und wie ist es gerade bei 900 folgen 5 1 und pallen ich dachte jetzt keine animes ich dachte du kennst keine animes oder kommt mit one piece doch ich kenne natürlich kenne ich ein paar animes habe ich auch gesagt ich kenne da ist 15 bei dieses nerd wissen von anime da ist ein 15 bei gut auf jeden fall sind ein bisschen schatz das hätte ich aber mehr gebrauchen können ich bin letztendlich zusammen das mit 15 hätte schon wichtig gegeben weil es du kriegst ja die helft von dem was du hast noch mal drauf bei mir wäre es am besten gewesen weil ich das meiste gerade hatte team houten ist es gerade ne wir führen gerade kinders warum ist es auch einmal team houten warum ist es nicht mehr team shining und wann hast du mein team geklaut bestimmt wie escape klaus die elf klaus könnte sein vielleicht auch der elf klaus ich habe es noch als zweitmöglichkeit angegeben ich habe es in der heart gesagt ich habe mein herz ja kann nur sehgras sein dass ich also ich kenne kein schaf das irgendwie im fleisch das heißt ja eben vielleicht kann ich mir nicht vorstellen der kultus ist der kohler werden ja ja das ist satt deswegen sehgras aber ein scharf das sehgras für es wusste ich nicht es sind nicoleus nicoleus ist das nicoleus cage nicoleus deswegen haben wir auch nicoleus und weihnachten ich bin der letzte heilige nicoleus weiter das weiß er ist erster das weiß ich da bin ich auch ich glaube der trägt eine maske wahrscheinlich ist es ein rock wahrscheinlich also backwards cap oder so eine scheiße so ein bist guck mal ich habe uns nicht richtige licht geführt grandios sehr gut gemacht kerry kerry wovon redest du tim kerry 15 war das gerade wirklich ein rechtschreibfehler bei der frage weil das ist und die kerry 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 was jetzt sehen wir das mit den höchsten punkten ist ja dann trägt der teamleiter da wird es interessant ja jetzt ist team bei weiter mit dem höchsten dann war ich gerade eben der der gecarrie hatte weil ich war gerade eben durchgehend team scheinen wir beide zu stück der kramus hat euch nicht gemocht die griechen krieg ich sag die griechen ich habe fast gesagt niederlande ich habe keine ahnung von kunst ich weiß es nicht ich nehme ellen ich weiß wirklich ich vertraue den hoden ich habe keine ahnung ich war nur beraten basil holt ich habe fast gesagt ist dorian selbst aber oh tonnenbaum oh tonnenbaum wie schön sind deine blätter meine center schlecht zählte das ist ein song der gärtner haben wir noch zum spruch was tanne und fichten angeht ich habe mod everest gekriegt ich bin so ein kack boon ja ist auch wir gerne haben so ein sprichwort wenn es um tanne und fichten geht wie man die unterscheidet fichte stich tanne nicht könnte auch neigt sein sieger kommen sega ist immer sonic ja es war nice das war nicht getippt ja weil ich das spiel durchgespielt habe ich glaube ja wir hatten gerade eben 30.000 mehr wir haben zählte besiegt aber gegen krabbers hau verloren krabbers hau verloren krabbers hau schweigen da war sehr oft falsch und da war ein bisschen noch gekämpft ohne ohne